Hallo und herzlich Willkommen zum Bet-at-home-Quoten-Check. Wenn Sie noch nicht dabei sind, dann registrieren Sie sich auf www.bet-at-home.com oder laden sich die Bet-at-home-App herunter. Hoffenheim hat am achten Spieltag die wiedererstarkten Schalker zu Gast, ist selber ja aber auch gut unterwegs. Der Sieg zuletzt in München war so ein richtiger kleiner Befreiungsschlag, während die Schalker sich mit einem späten Unentschieden gegen Köln begnügen mussten. Hoffenheim hat aber ein Defensivproblem in sechs von sieben Spielen, gab es ein Gegentor, während Schalke in den letzten beiden Auswärtsspielen insgesamt acht Mal traf. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Hoffenheimer das Spiel ohne Gegentor beenden, ist sehr gering. Und wenn Sie mindestens ein Tor kassieren, gibt es von Bet-at-home eine Quote von 1,23. Heißt für Sie, liebe Zuschauer, beim Einsatz von 20 Euro gibt es satte 24,60 Euro zurück. Und Bet-at-home hat noch etwas Besonderes für Sie, wenn Sie noch nicht dabei sind. Dann registrieren Sie sich am besten heute noch bei Bet-at-home oder Sie laden sich die App herunter und Sie erhalten auf Ihre erste Einzahlung bis zu 100 Euro geschenkt.